jo leute was geht ab ich bin es hier auf meinem kanal und heute spielen wir mal brossers komplett anders was von fortnite denn ich spiele auch nebenbei in meinen freizeit brosser sie seht ich habe schon 38.500 trophäen ich habe etwas weniger gemacht aber ist gar kein problem ich habe ihr seht auch hier zwei rang 30er und das heutige thema ist sandy denn wir wollen 25 pushen auf jeden fall das ist beste sandy guide also erst mal dieses gadget das dann gegner hier der star power wenn ihr es wirft dann kriegen gegner schaden ihr könnt büsche abchecken und die gegner können sich dann auch nicht hin für die gears einfach mal hier schaden gehen und einfach mal ihr sag ich mal super gear mit der ausrüstung also dann machen auch die gegner 20 prozent weniger schaden super skill und ja ich würde sagen wir fangen direkt an wir spielen gerade brawball im mittelpunkt und ja aber bevor wir starten kaufen wir uns erst mal ein sandyskin denn wir haben 4200 bling wie ihr sehen können und hier ist ein bisschen cooler sandyskin und ich würde sagen wir kaufen ihn einfach mal das habe ich mir erspart wir unseren sandyskin so leute ihr seht das einfach mal jetzt ausrücken auch noch mit einem pin so jetzt haben wir ausgerüstet ganz kurz aus leute und wir fangen direkt mit den ersten anleiten ich werde euch jetzt erst mal nur abschneiden wie ich gewinne und dann auch von 23 bis 25 zeige ich euch also wir sind gerade an 20 dann zeige ich euch ein 22 und so weiter dann sehen uns aber gleich wieder leute ich habe mir besorgung hilfe besorgt und wir spielen einfach mal weiter dann sehen uns wieder so jetzt war das letzte game ein paar 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 Leute, letztes Game haben wir uns noch mal gefehlt. Wir haben uns noch mal gefehlt. Wir haben uns noch mal gefehlt. Aber er hat uns leider gefehlt. Aber wir haben ein Schleuch und die Runde zu hoch. Zwischendurch stand unser erster Lose. Wir haben zum ersten Mal verloren. Das ist gar kein Problem. Aber wir haben Rang 21. Wir haben plus 66 Trophen gemacht. Das ist sehr gut. Wir machen weiter. Und ja, das ist gut. Wir haben Rang 22 und wir machen direkt weiter. Ja, Leute. Hier noch ein Gameplay. So. Ich bin gerade Rang 22 bei 623. Also, okay. Also, ihr passt den Ball. Macht euer Gadget. Dann könnt ihr einfach durch und durch schießen. Und dann macht ihr auch ein Easy-Tor, Leute. Somit haben wir auch das 1-0. Also, einfach den Ball passen. Schnell Gadget drücken. Durch ihn durch schießen. Dann noch mal schießen. Dann habt ihr einfach ein Easy-Tor. Und. Machen wir weiter. Dann nehmen wir auch. Dann nehmen wir meinen Glück. So. Wir haben ihn. Er passt mir. So. Das gleiche können wir auch jetzt machen. So cool. Yeah. Und. 2 Games haben wir auch. 25. Aber ihr seht, wir haben. Bronze. Drei erhalten. Und das ist nicht krass. Denn. Wir sammeln es jetzt ein. Und ihr seht hier. Wir brauchen noch. 40 Credits für Mag. Dann sind wir hier beim O. Dann haben wir auch alle Brawler. Und. Ich würde sagen. Wir sammeln es ein. Und. Und. Let's go Leute. Wir haben Tag eingeschaltet. Und wir haben. Somit alle. Brawler. Im Spiel. Und. Ja. Los gehts. Wir haben. Unser Ruhm. Machen wir jetzt weiter. Und. Ja. Jetzt. Puschen wir weiter Sandy. Ja Leute. Mit Sicherheit. Mit Kontrollen. Bei K-1. Mit Kontrollen. Mit Kontrollen. Hallo. Geholt. Puh. Puh. Jetzt ist es. Bei nur. Und dann haben wir auch. Ein. Easy. Run. So. Cool. Ja. Bei 631. Der letzte. So. Somit. Wir sind. Räume 23. So Leute. Neues Team ist im Raum. 23. Und. 3. Oder 2. Dann. Find wir. Auch. Rang. 2. Schön. Wir haben hier die Kontrolle. 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 Hier. Rico auch. Rico ist auch sehr krass. Und dann mal bei. Von der Seite. Die Wände schießen. Die Wände schießen. Wir haben hier die Kontrolle. Oh shit. So. Ich hab ein. Fast ein Typical gemacht. Ich hab sehr viel damage gemacht. Und. Ja. Leute. Es ist tot. Und zack. Schlag gut. Gleich mein Hyperchart. Wenn ich mein Ult hab. Oh shit. Ich kann jetzt schon mein Ult. Das muss ja auch. Frischer machen. Relax. Das hat nicht so funktioniert. Und. Leute. Da ist der Win. Ihr seht es. Und. Zack. Wir brauchen ein oder zwei Games. Dann sind wir auch. Rang 24 Leute. Machen wir weiter. Alright. Das wird der Win sein. Ihr seht es. Zack. So einfach kann man gewinnen. Und. Zähne. Okay. Ein Trophäen. Dann sind wir. Rang 24. Wir machen direkt weiter. Und. Ich zeig euch das letzte Gameplay. Am Ende. Ja. Das ist das 2-0. Und. Somit haben wir auch. Easy gewonnen heute. Wie man sieht es hier. Bei Hyperchart. Wir brauchen noch ein bisschen. Dann sind wir auch. Rang 25. Wir machen direkt weiter. Mit. 1-0 für uns. So Leute. Ich hab ein Tor gemacht. Und. So. Wir haben auch gewonnen. Bei. 2-1. So. Und. Hier noch ein weiterer. Mit. Ein 9er Winstreak. Wir sind bei. 725. Wir haben einmal verloren. Leute. Ja. So Leute. Wir haben einen Hut geschossen. Und. 5 Sekunden übrig. Und. Vielleicht können wir auch. Das zweite Tor machen. Wir müssen. Wir müssen. 1-0. Somit haben wir die Runde auch. Gewonnen. Und. Ja. Wir sind bei. 734. 30. Wir machen direkt weiter. Und. Wir sind gerade. Leider bei einer. 200 Runstreak. Aber. Es wird immer mehr. Wir brauchen. Noch 2 Games. Und. Da haben wir. Sandy auch. Rang. 25. So Leute. 1-0. Und. Wir fangen direkt an. So. Und. 2. Leute. Wie geht's los. Mit. Sandy. Einfach. Leute. Stump. 2-0. 2-0. 2-0. Somit haben wir auch gewonnen. Uns fehlt ein Match. Da haben wir auch Sandy. Da haben. 25. Und. Deswegen seid ihr gespannt. Letztes Game. Und. Wir verlieren dann. Ein. Col. Äh. Mackie. Colette. Und. Maisie. Sind sehr. Sehr. Stark. Und. Sie haben auch. Die Kontrolle. Also. Man sieht sie jetzt schon. Hm. Hm. Nein. Ok. Ok. Aber. Da kann man. 1-0 machen. Wir haben gewonnen. Minus 8. Schätze ich mal. Minus 8. Geht. Jetzt brauchen wir. 2 Games. Leute. Das ist 1-0. Also. Wir haben 2 getrunken. Und. Wir haben die Runde gewonnen. Plus 8. So. So. Wir brauchen jetzt noch ein Letzt Game. Und. Das letzte Game. Ist immer kritisch. Das ist 1-0. Leute. Wir haben leider verloren. Aber. Gar kein Problem. Wir sehen uns. Wenn wir. Ein Letzt Game. Verankungsans sind. So. Haben wir das 2-0. Leute. Und. Jetzt ein Letzt Game. Wir sehen uns. Wenn wir 1-0 gemacht haben. Das erste Tor. So. Ihr seht jetzt das komplette Gameplay. Uns fällt ein Tor. Dann haben wir auch. Sandy. Rang. 25. Jetzt. Ein Letzt Gameplay. Rang. 2. Zulina. So. Ich nehme einfach den Ball. Ich warte auf deine Mike. Ich treu dich an. So. Jetzt. Jetzt. Schieß einfach rein. Und. Und. Wir haben ein Tor. Leute. So. Einmal spieß. Und somit haben wir auch. Sandy. Rang. 25. gemacht. So. Endlich. So. Rang. 25. Sandy. Best Guide. So. Einfach kann man Sandy. Rang. 25. Puschen. Und. Ja. Leute. Ich hoffe. Das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like. Da. Das Glocke. Die ist kein Video verpasst. Dann würde ich auch sagen. War ich mit dem Video. Und. Ciao. Haut rein. Bis nächste Mal. Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.